Musik Ein sakrisches Willkommen bei der BMW X Challenge mit dem ersten Mal mit dabei, Magdalena Neuner, die Schnellste im Diathlon. Der Schnellste in der DTM, Bruno Spengler, der Schnellste ehemalig im Eiskanal, Hackel Schorsch und auch ein schneller im Biathlon und der zweifache Titelverteidiger Fritz Fischer. Wir alle sind mit dabei und wir freuen uns auf spannende Spiele. Wichtig ist natürlich gescheit zielen, also dahin wo man auch hinschießen will, dahin zielen. Das Wichtigste ist schießen auf das Schwarze, weil die meisten zielen auf das Schwarze und schießen auf das Weiße. Wir schieben den Berg schneller hoch, als wir dritten. Das ist mein neues Biathlon-Talent. Wir haben erst Halter fahren gelernt, dann 3,5 Jahre. Ich hab von Spitz gelernt. Super war's, klasse. Wahnsinn. BMW fahren ist besser. Der ist besser gefedert. Der der hier nicht. Der derych lesson hat. Du hast michije diplomatic gemacht. Wir können uns jedes Mal das war. Das war uns auf die سرة. Das war, was wir ganz deutlich? Vielen Dank.